Ah, ich krieg dafür ne rote DAS EEEEY Moin meine lieben Bootser Was geht, ich bin's wieder Euer Flying Uwe Heute, ihr seht wieder Mario Kart 8, meine lieben Freunde Und bei Mario Kart 8 ist ja immer so ein Zwiespalt So ein bisschen Firehopping Thema Firehopping, ist das Cheaten Ist das vollkommen normal Ich hab mich mal ein bisschen beschäftigt damit Firehoppen ist auch auf professionellen Turnieren Bei Mario Kart überall Gang und Gebe Das ist einfach eine Technik für schnelle Fahrt Und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt mit meinen Homies spiele Zum Beispiel Monta und sowas, kann das überhaupt nicht ab Dann werde ich es auch nicht machen Aber heute in diesem Video, ich versuche jetzt mal Wirklich kein Witz, Freunde Ganz profimäßig zu Firehoppen Ich kann das noch nicht so gut Ich weiß, wann man es machen kann und so weiter Und ich versuche es jetzt einfach mal, Freunde Tanuki, wie gehabt, F-Zero-Karre Fallschirm ist Bowser So Leute, die 4-Jahres-Zeiten-Map Ihr könnt mir mal eure Meinung zum Thema Firehoppen In die Kommentare schreiben Wer noch nicht weiß, was Firehoppen ist Firehoppen erreicht man mit einer Ja Wie soll ich sagen Pass auf, ich zeige, vielleicht geht das hier Ne, hier geht das noch nicht Ja, mit einer Drift-Technik, dass du ein bisschen schneller halt bist Als die anderen Aber die kann jeder anwenden So Aber nicht jeder macht das Beziehungsweise nicht jeder kann das Mal hier auch mal einfach schön drücken bei der Pflanze Kriege ich noch? Jo Zack Ah, hier ging es auch noch nicht Pass auf, ich brauche den goldenen Boost Firehoppen geht nur mit dem goldenen Boost Zum Beispiel hier jetzt, so Und dann zack, zack, zack So hin und her springen Und in der Luft, wenn du hin und her springst Bist du ein Ticken schneller als wie Wenn du nur mit dem Boost Auf den Fußboden fährst, sozusagen Weißt du? Aber es geht nun mit dem goldenen Boost So weit hab ich jetzt Ah, ich bin so dumm So richtig dummer Müllfeder, Digga Ja, er macht die Hupe, Digga Bewahr sich doch auf, du Trottel, Alter Ah, ist ja dumm von mir Ey, was ist denn jetzt? Jetzt rastet ich gleich wieder aus Du fährst geil, souverän durch Dann haben die Leute da mit ihren Müll-Pillig-Items Da hauen sie dich runter, weißt du? Kein Geschenk, ich kriege gleich, schmeiße den Joystick gegen die Wand Eine Bombe nochmal, alles klar Mal Münzen aufsammeln Das vernachlässige ich immer Und darauf Ah, muss man hin Ey, gib mir doch eine Münze Hinarbeiten Münzen darf man echt nicht verlachlässigen Ich merke manchmal selbst so Dass man echt die Münzen voll auch vergisst Ich bin siebter, Freunde Was ist das für ein Scheiß? Ich war eben Zweiter Eine für den Ersten, sehr geil Die Karten werden eventuell neu gemischt Oh, guck mal her Das war zu gierig ein bisschen Aber Muss ich jetzt so ein bisschen so handhaben So eigentlich mal ein Scheißgeschenk Eine rote Hat er was am Arsch kleben? Ne Ah, ich krieg dafür eine rote Das Ey Unberechenbar, der Scheiß Unberechenbar Unberechenbar Ja, eine Rakete auf dem letzten Drücker Wie sagt Montemar beiseite Aber ich mach keine gute Platzierung mehr Scheiße Siebter auf Kramp Richtig auf Kramp Siebter, Freunde Sorry für die schlechte Runde War sehr schlecht Keine Minuspunkte Siebter in der Mitte Na gut, komm So, Freunde Nächste Strecke Ah, ich muss mich jetzt mal konzentrieren Echt Zurück für die schlechte Runde eben Aber manchmal ist das so So, guck mal, schau Das man Moment Geh doch weg, Digga Geh doch beiseite Ey, was soll das Wir sind gerade wieder Freunde Aus meiner Freundesliste Ey, so ein Nachjoiner Und wenn sie jetzt mal einen extra ficken Sowas gibt es auch Gehen extra auf dich los Damit du bloß nicht erster wärst Und so Wie im Livestream Ihr kennt das wahrscheinlich von COD Auch von den anderen Jungs und so weiter Manchmal ist das so Ja, Mann, ey Ah, jetzt hab ich die Banane weggeschmissen Freunde, ich mach das Spiel gleich aus, Alter Was ist hier los? Guck mal, der währt Angeschossen Ey, krieg nicht mal ne Kiste Mann, was ist los, ey Der wird angeschossen Er konnte sofort weiterfahren Also manchmal hat Mario Manchmal hat auch so Anzeige-Bugs Das heißt Die sind gar nicht angeschossen worden Aber dir zeigt das so an Und wenn er so schnell weiterfahren kann Das stimmt aber so nicht Das ist so ein Anzeige-Bug Oh, hier kriegt gleich einer rein Mal hier Jo, paar Münzen eins haben Und zack Aber Münzen sind voll Zehn Stück Das heißt Man kann auf die komplette Endgeschwindigkeit hier kommen Hier subscribe grad einer, Digga Obwohl ich gar nicht streame, Digga Was ist hier los? Heftiger Typ läuft bei mir, würde ich sagen Ey, Jungs Ich komm noch nicht mal richtig zum Firehoppen, ne? So, Firehoppen, zack Das war grad Firehoppen, Freunde Kurz mal vorgemacht, wie es geht Oh, da droht der, Digga Das wird doch ehrlich Oh, und ich kriege Ja, fahr vorbei Ich fick dich jetzt Kurde Pflanze kurz Gar kein Problem Oh, einer hat einen Stern Fahr nach hinten, schießen auf Frank So Oh, da wird jemand schon überrundet Mach da auf, nach hinten schießen So, das hast du da vorne, Digga Zack Ne, ist noch gar nicht berundet Ah, ich krieg die leider nicht mehr, Freunde Bum Ah, schade Zweiter Auch nett Aber kein Internet, weißt du? Nee Ich will jetzt auch mal versuchen Zu Firehoppen, Digga Muss auch irgendwie einmal gehen Ja, die Profis kennen es überall Ich kann das nur so bei gewissen Sachen So, die schöne Kuh-Map Das ist Denny's alias Solutions Map So, die findet er ganz geil So Bum Ah, die Motorräder sind auch mies, ne Ah, noch kriegt man keinen Windschatten Oh nein, please no, please no Hahaha, Alter Oh Hätte ich schon wieder gleich verloren Und er snackt hier gleich Windschatten ab Oh, meine Münzen Ey, du Sau Ja, Münzen machen einen so einen Ticken schneller Ihr kriegt mehr Ah, es wird knapp Oh Ähm Ja, Mann Müll Hashtag Müll würde in die Kommentare Masha macht mal noch so simple, dumme Fehler So, richtig dumm Ja, das war aber nix, oder? Chris, ich fiss dich noch aus Kanada jetzt hier Komm her Ja Ja, wer will das hier Ja, ist auch immer so eine ätzende Sache hier Oh, ja Aber knapp geht, Digga Ah, Mann Was mach ich denn da Fuck you, Digga Ja, überhol mal Ich krieg den doch schon, Digga Versorg Soll ich die Schufe wegschmeißen, oder nicht, Alter? Weil damit kann man echt geil fisten, muss ich sagen Ja, er hat eine rote gehabt, das musste ich tun Er hat eine rote gehabt, Freunde Das war ganz gefährlich Hätte ich ihn so überholt, wäre ich weg gewesen Ah, muss ich mich wieder mit dem zweiten zufrieden geben, oder? Ah, Münzen hab ich auch schon Ah, Freunde Oh, Uli Habt ihr das gesehen, Alter? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das grad gesehen? Das war so fucking knapp, Alter Richtig knapp Aber immer noch kein Firehopping hier heute Was ist denn los? Schade Funktioniert nicht Also ich krieg noch nichts hier so gebacken Oh, die schöne Map Optisch sehr schön, Freunde Ich weiß jetzt grad gar nicht, wie die heißt Manchmal merkt man sich einfach gar nicht die Namen Sondern die Strecke, wie sie ist Aber am Firehopping ist das so Null, der fällt einfach runter Rummer, rummer Bergab geht das nicht Weg Auf und geradeaus geht es Wenn ich mich recht erinnere So wie es mir der Chat im Livestream gesagt hat Und hier immer schön im Wasser fahren, Freunde Ich kriege hier mit Münzen Super Denn das Wasser zieht dich mit, also So, klugscheiße Tipp Oh nein, noch eine von der ersten Oh, noch Oh, der wird grad durchgereicht, Digga Der tut mir grad richtig gleich Ich würde an seiner Stelle richtig ausrasten, ey Aber das passiert mir jetzt hier nicht auch noch Hier, Falke mal, drücke ich bisschen runter Zeig, damit ich gleich früh eindriften kann Anders fliehst du gegen die Wand auf, weißt du So Boom Wir behalten einfach mal ganz diskret die Banane am Arsch Zack Ich versuche einfach zweifeln, eine Banane zu werfen Ja, komm Behalten sie Ich will noch einen goldenen Boom Ne Oh, die Fall runter, weil ich eine Schlampe bin Ich bin so eine Schlampe, Freunde Ah, geil Das ist immer ein schöner Trick Jetzt muss ich wieder Das war richtig so ein Leichtsinniger Müllfehler, Freunde Echt, das ist so scheiße, ey Oh, ich krieg ne rote, aber ich hoffe die Ja Guck mal, jetzt hat sie ne rote Er was am Arsch Leck mir doch Und beide schießen sich nicht gegenseitig ab Weil ich Schüsse in den Büchsen Und ich hab nicht mal ne Kiste gekriegt Ah, Freunde Leck mich Das war leichtsinnig von mir Hätte viel besser fahren können Tut mir leid, Freunde Scheiße, ärgert mich auch ein bisschen Mann Tut mir leid, das war richtig Weil man auf Krampf Ich wollte auf Krampf Diesen scheiß goldenen Boost noch bekommen Aber das war zu spät Da kam auch schon die Rampe Und alles war FNELL Meine lieben Freunde In diesem Sinne Haut rein Wenn dir das Video gefallen hat Gib einen Daumen nach oben Wir sehen uns zum nächsten Video Firehobbing war heute leider nicht drin Weil die Strecken irgendwie nicht da waren Das waren alles zu kurvige Geschichten da Haut rein Ciao Piuu Piuu Sself